Deitra Ding Gold Turbo Zertifikat LS 7P 21 17.06.2020 Gewinn 1.700 Euro in 15 Minuten Autor De seltsamek kennt sie YouTube Gold Turbo Zertifikat ISIN 0 LS 7P 21 15 WKN LS 7P 21 17.06.2020 9.097 Cent 0 0 10.000 8.700 Euro 17.06.2020 9.1196 Cent 0 0 10.000 9.600 Euro 17.06.2020 9.16 1 Euro 0 2 0 0 10.000 10.200 Euro 17.06.2020 9.21 1 Euro 0 5 0 0 10.000 10.500 Euro 17.06.2020 9.25 1 Euro 0 4 0 0 10.000 10.400 Euro Gewinn innert 1 Viertelstunde 1702.000 Euro